Novena zur schmerzhaften Mutter, 8. Tag Zu Ehren der Wunde der rechten Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Zu Ehren der Wunde der linken Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Weil Maria selbst in ein Meer von Leiden und Schmerzen versenkt wurden, weiß sie, wie weh uns unsere Leiden und Schmerzen tun. Daher fühlt sie für uns das tiefste Mitleid. Als schmerzhafte Mutter unter dem Kreuz stehend, wurde sie überdies auch unsere Mutter. Somit ist ihr natürliches Mitleid mit unseren Leiden und Schmerzen ein mütterliches Mitleid geworden. Das heißt, das zärtlichste, was es gibt auf der ganzen Welt. Welches bedrängte und leidende Herz sollte also nicht mit festestem kindlichem Vertrauen zum Herzen seiner schmerzhaften Mutter aufblicken und beten? Zur Erinnerung und Verehrung der sieben Schmerzen Mariens Erstens die Prophezeiung Simeon zum Tempel Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, Übertritte die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz gefunden, empfunden, tief in unsere Seelen ein. Der zweite Schmerz, die Flucht nach Ägypten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Der dritte Schmerz, der Verlust des zwölfjährigen Jesu-Knaben in Jerusalem. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Heilige Mutter, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunde, tief in unsere Seelen ein. Der vierte Schmerz, die Begegnung mit ihrem kreuztragenden göttlichen Sohn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Fünfte Station, unter dem Kreuz, Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenbürgen deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden, tief in unsere Seelen ein. Als ihr der Leibnam Jesu in den Schoß gelegt wurde. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenbürgen deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden hat, tief in unsere Seele ein. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenbürgen deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn am Kreuz empfunden hat, tief in unsere Seele ein. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Schmerzen. Der Gekreuzigte ist mit dir. Schmerzensreich bist du unter den Weibern und schmerzensreich ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter des Gekreuzigten, erlange uns, die wir deinen Sohn gekreuzigt haben, die Gnade der Tränen, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Maria, schmerzhafteste Mutter, dein liebster Sohn, mein göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus, hat am Kreuz ersterbend mir armen Sünder dich zu Mutter gegeben. Gestützt auf dieses mein kindliches Anrecht, wage ich es, dich an deine übernommene Mutterliebe und Mutterpflicht zu erinnern und dich flehendlich zu bitten, als eine wahre und milde Mutter, mir in allen meinen Nöten und Anliegen, besonders aber in dieser gegenwärtigen Bedrängnis, kräftig beizustehen. Dass dieselbe sich wende zur Ehre Gottes, zu deiner Verherrlichung und zum Heile meiner armen Seele. Amen. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, es möge die seligste Jungfrau Maria, deine Mutter, deren heiligste Seele in der Stunde seines Leidens, das Schwert des Schmerzes nicht verdeutlicht, wo Spott hat. Jetzt und in der Stunde unseres Todes unsere Fürsprecherin bei deiner Miltätigkeit sein. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heilige Mutter, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Amen.